Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich spiele Landwirtschaftssimulator 17. In der letzten Folge ist unser Silo fertig fermentiert. Das heißt, wir können jetzt anfangen, zumindest einen Teil davon, der Rest geht dann in die Biogasanlage. Aber wir können jetzt damit anfangen, einen Teil davon, der ist weit genug weg, dann fahren wir schon mal langsam hier rüber, einen Teil davon rüber zu bringen zum Kuhstahl, damit wir dann das als Futter für unsere Kühe verwenden können. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal unterwegs bin mit diesem Kipper, dann kann ich gleich einen kleinen Umweg machen hier zum Landmaschinenhändler und den Kipper austauschen gegen eine Nummer größer. In diesen hier gehen 8.000 Liter rein. In unseren Ballenaufbau-Trailer, den wir, oder Kipper vielmehr, den wir haben für unsere kleinen Ballen, da gehen nur 9.000 rein. Ich weiß nicht, warum ich letztes Mal der Meinung war, das wären 15.000. Es sind nur 9.000. Das ist also eigentlich kein großer... Oh, Entschuldigung, ich habe deine Markise, die ist aber noch in Ordnung. Alles gut. Da gehen nur 9.000 Liter rein. Das ist nicht so viel mehr als in den hier. Das heißt, der bringt uns nicht so wirklich viel Vorteile. Ich möchte jetzt doch noch eine Ecke mehr haben. Der bringt 2.500. Das ist ja... Dafür hätte ich ihn ja fast stehen lassen können. Naja gut. Ich möchte aber einiges mehr an Volumen haben. Deswegen wählen wir uns hier einen mit 15.000 Litern aus. Vielleicht oder gleich eine Nummer größer. Der kostet eigentlich nicht so viel mehr, oder? Und den gibt es auch in einer Variante ohne den Drehschemel. Das macht das Rückwärtsfahren viel einfacher. Was meint ihr? 15.000 oder 21.000? Wir haben einen 180 PS-Tracker. Wir nehmen den mit 21.000. Und das RAD-Setup lassen wir so. Design Hauptfarbe. Nein, das ist alles gut so. Den kaufen wir so, wie der Hersteller ihn sich ausgedacht hat. Ohne was daran zu verändern. Da steht er. Können wir eigentlich den Trecker gleich mitnehmen, wenn wir darüber fahren. Dann hat er uns insgesamt eigentlich nur 25.000 gekostet. Das ist in Ordnung. Auf jeden Fall spart uns das eine Menge Fahrerei. Der ist anderthalb Mal so groß wie der andere. Ansonsten ist da eigentlich nicht viel dran. Der hat noch keine Zwangslenkung. So groß ist er noch nicht. Das sind Starrachsen. Die laufen einfach nur geradeaus. Aber insgesamt. Ah, jetzt verstehe ich das. Wenn wir hier mal gucken bei den Kippern. Den gibt es als HKD und TKD. Der HKD hat den Drehschemel hier vorne. Und der hat, das ist auf diesem Bild nicht zu erkennen. Aber der hat die ganz normale Deichsel mit der Öse hier dran. Die für das Kuppelmaul mit dem Bolzen ist. Und der TKD hat hier den Kugelkopf. Können wir hier nochmal am Trecker sehen. Da oben ist das Kuppelmaul für die Öse mit dem Bolzen. Wenn man diesen Hebel hier, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Da ist kein Fadenkreuz. Es ist ein Fadenkreis. Da ist ein Hebelchen dran an dem Kuppelmaul. Und damit kann man diesen Bolzen hier rauf und runter bewegen. Und da geht die Öse rein. Und hier unten ist der Kugelkopf, auf den die anderen Anhänger gehen. Und der hier hat vorne eine Kugelkopfbefestigung, eine Kugelkopfdeichsel. Und hier hinten ein normales Kuppelmaul. Und das kann man bei denen auch sehen. Wenn ich hier bei dem TKD gucke, dann ist hier an Zusatzgeräten, steht da HKD 302. Das wäre der dann. Und DB8. Das ist hier weiter vorne der hier. Das sind beides Anhänger mit der Öse, mit der Zugöse. Bei dem hier bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der hat auch die Öse. Und der TKD 1600? Gute Frage. Auf jeden Fall gehen an den hier hinten dran dann welche mit Zugöse. Und an den hier, der vorne die Zugöse hat, gehen hinten der TKD 302 und der 1600. Und die haben beide den Kugelkopf. Das heißt, wenn wir den gekauft hätten, hätten wir da den hinten dran bauen können. Die kann man hintereinander koppeln. Oder andersrum. Auch interessant zu wissen. Werden wir wahrscheinlich nicht benutzen, weil wir dann, wenn wir mehr Volumen brauchen, im Kipper noch eine Nummer größer kaufen werden. Jetzt ist unsere erste Aufgabe für unseren feinen neuen Kipper hier. So, ankoppeln. Und dann steigen wir noch mal eben aus und gucken nach, wie viel Silage haben wir hier denn drin. Das sieht mir eigentlich nach gar nicht so viel aus. Kann ich den Füllstand tatsächlich erst sehen, wenn wir mit der Taste R, wahrscheinlich gibt es auch was mit einem Controller, 39.000 Liter. Das heißt, wir machen erstmal einmal unseren Anhänger voll und dann schmeißen wir ein bisschen was davon in das Ding. Das gibt uns nämlich direkt ein bisschen Geld für die Silage. Also die wird dann hier vergoren zu Biogas und da hinten in dem dunkelgrauen großen Tank entstehen dann Gärreste. Und die können wir uns hier abholen und die auf unsere Felder schmeißen. Die wirken nämlich als Dünger. Jetzt habe ich letztes Mal diesen neuen Mod euch gezeigt und vorgestellt und jetzt benutze ich ihn nicht mal. So, das Silo wird, wenn man hier weiter reinfährt, automatisch abgedeckt. Das ist ja wirklich nur eine Pfütze, die wir hier haben. So, dass man dann Stück für Stück das ganze Silo entnehmen kann und dann verfüttern oder in die Biogasanlage. Das ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit. Das Ganze mache ich jetzt so zwölfmal ungefähr. 1800 Liter gehen in diese Schaufel. Wenn wir mehr größere Schaufeln haben wollen, da gibt es zwei Möglichkeiten dazu. Es gibt Mods mit größeren Schaufeln für Frontlader. Die haben dann irgendwann das Problem, ich habe irgendwo einen Mod rumfliegen mit 5000 Liter. Die haben dann irgendwann das Problem, dass die Schaufel mit ihrem Inhalt so schwer wird, dass man dann den Trecker gerne mal aufs Gesicht legt, was auch irgendwie ziemlich doof ist. Man kann dem ein bisschen abhelfen, indem man hinten auf den Trecker ein Gewicht draufsteckt. Aber ich habe nicht ein Kontergewicht und ich will jetzt auch kein Geld dafür ausgeben und ich habe den Mod nicht installiert. Von daher bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Schaufel zu benutzen. Eine andere Möglichkeit wäre noch einen Radlader zu benutzen. Die haben, glaube ich, die größten Schaufeln überhaupt im Spiel. Der kostet dann so 120.000 oder so. Die Maschine alleine und nochmal einige Tausend für die jeweiligen Schaufeln. Oder einen Teleskoplader. Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Das sind nämlich ziemlich praktische Maschinen und Gefährte, für die wir auf jeden Fall noch Verwendung finden werden. Aber im Moment können wir uns die nicht leisten. Das heißt, wir werden fleißig mit der kleinen Schaufel hin und her fahren, bis der Anhänger dann voll ist. Der Anhänger ist voll. Das heißt, den letzten Rest aus der Schaufel können wir da nicht mehr draufkippen. Und den bringen wir dann, anstatt ihn wieder ins Silo zu kippen, wo wir ihn dann mühsam wieder aufklauben müssen. Gleich hier in den Einfülltrichter. Und das bringt uns 456 Euro. Das ist eine sehr lukrative Angelegenheit, die Silage hier und die Biogasanlage. Man kann nur 40.000 oder 50.000 Liter, ich glaube 50.000 war es, 40.000 im LS15, in diesen Trichter füllen. Dann ist der voll und das muss er erstmal abarbeiten. Weil wir schon mal hier sind, nehmen wir gleich nochmal eine Schaufel voll. Denn das wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis ich wieder Trecker, Frontlader und Schaufel zusammen habe. Und hier in der Gegend bin, dann nehmen wir die paar 100 Euro, die wir hier jetzt rauskriegen, auch noch mit. Da kann man das auf der Anzeige sehen. Es geht jetzt relativ schnell weg. Das wird relativ schnell verarbeitet, weil, wie ich gerade sehe, ich habe die Geschwindigkeit noch auf Fünffach. Ich warte ja drauf, das hier, schalten wir das Gras mal an. Da unser Gras endlich wächst und erntereif wird, das ist nach wie vor auf abgeerntet. Das ist ja gerade erst angesät und abgeerntet ist quasi die, wir haben es gerade ausgesät, Stufe für Gras hier im Landwirtschaftssimulator. Das wollen wir heute auf jeden Fall noch machen. Das Heu, was da ist, aber das dauert noch eine Weile. Und in der Zwischenzeit bringen wir unsere frisch abgefüllte Silage so rüber zum Kuhstall. Ich könnte die Silage jetzt einfach hier in das Silo kippen, aber das möchte ich eigentlich nicht, denn auch wenn es da eigentlich reingehört, das würde blockieren, dass wir neue Silage hier machen können. Wir können hier nur Häckselgut oder Gras einfüllen, wenn da nichts weiter drin ist. Das muss man einmal komplett leer machen, wenn da schon Silage drin ist. Und ich weiß nicht genau, wie das reagiert, wenn ich jetzt einen Anhänger voll da reinkippe. Wir haben ja aber hier diesen feinen Unterstand und jetzt muss ich doch mal wieder das hier anmachen und Abkippseite ist hinten. Wunderbar, denn hier können wir das eigentlich auch ganz gut, warum willst du mich das jetzt eigentlich nicht, ab doch, Steuerung links I, hier abkippen. Das müsste auch mit dem Controller gehen. So, beide Shoulderbuttons und Y. Das kriegen wir hin und dann machen wir hier einfach einen Haufen bisschen Vorfahren, damit unser Anhänger da nicht auf dem Haufen stehen bleibt. Dann machen wir uns hier einen Haufen Silage hin. So. Und das wieder ausmachen. Das sieht ziemlich mickrig im Vergleich zu dem Gras aus. Okay, aber dann fehlt uns nur noch eine Zutat, nämlich das Heu. Und dann können wir uns ein paar Kühe leisten und die hier in den Stall stellen und die für uns Milch produzieren lassen. Fast kann man sie schon riechen, die Kühe. Wo ich hier gerade vorbeikomme und bevor ich es vergesse, das zu erwähnen, das mit dem Striegel auf der Wiese funktioniert übrigens. Man kann mit dem Striegel eine Düngestufe dem Gras verpassen. Und dann kann man sie nicht verpassen. Es hat wie üblich ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber wenn wir jetzt mal in unsere Karte schauen, dann sehen wir hier, wenn wir das Gras einschalten als Feldfrucht, dass unser Feld 19 endlich erntereif ist. Soweit ich weiß, ist es bei Gras genau wie bei den anderen Pflanzen egal, welche Stufe der Erntereife man aberntet. Das ändert nichts mehr am Ertrag. Wenn wir aber da mal rüber gehen, hier auf der anderen Straßenseite, dann können wir sehen, dass dieses Gras doch noch, kommt keiner, dass dieses Gras doch noch eher spärlich aussieht. Das ist bei den angesehten Feldern aber relativ normal. Wir haben da drüben aber auch noch, ich habe ja in der Montage eben gezeigt, da den Raps da hinten habe ich abgeerntet. Den habe ich zwischendurch auch wieder neu angesät. Das heißt, angesät habe ich da hinten Sojabohnen und keinen Raps. Und hier unsere beiden Felder Gerste. Die sind auch reif. Das heißt, als allererstes, bevor wir anfangen, uns ums Heut zu kümmern, greifen wir uns den Mähdrescher und ernten das hier ab. So, das können die Helfer nebenbei erledigen. So, und die Strohablage zeigt er mir wahrscheinlich erst. Ja, jetzt zeigt er mir sie an. Anschalten bitte. So, und dann können wir einen Helfer dafür einstellen. Und uns selber vom Mähdrescher zurückziehen. Und der legt uns jetzt hier schön das Stroh hin. Da können wir dann noch überlegen, ob wir das aufpressen oder ob wir das mit dem Ladewagen aufnehmen und da dann einfach direkt verkaufen. Wir wollen dann jetzt... Ja, nehmen wir den New Holland. Brauchen wir nicht unbedingt den großen. Große Nachfrage für Wolle. Ja, meine Palette ist leider noch nicht voll. Können wir nachgucken. Was sagen unsere Tiere? Äh, 32 Prozent. Nö, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Aber ich muss demnächst mal wieder da rüberfahren und ein bisschen für Sauberkeit sorgen. Bevor wir das machen, nehmen wir uns aber mal das Mähwerk. Einmal hier. Und irgendwo hatte ich einen Heuwänder hingestellt, den ich voller Enthusiasmus gekauft habe und den wir seitdem überhaupt nicht gebraucht haben. Da ist er. Den hängen wir hinten dran. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob das so funktioniert. Es müsste aber eigentlich... Hier in dem Spiel kann man ja magischerweise gemähtes Gras mit einmal Wänden sofort in Heu verwandeln. Und das sollte eigentlich auch funktionieren, wenn wir vorne am Trecker das Mähwerk und hinten dran den Wänder haben. Fahren wir einmal rüber zu Feld 19 und in der Zwischenzeit können wir einmal hier ausklappen und einmal da vorne ausklappen. So, und dann... Hinten einschalten und absenken und vorne einschalten und absenken. Macht einen fürchterlichen Lärm alles zusammen. Aber ja, da kommt dann hinten direkt das Heu raus. Genau so, wie wir es geplant haben. Und hier am Ende einmal den ausheben. Und... Ja, der sperrt sich, wenn wir rückwärts fahren. So ein Heuwender, den muss man zum Rückwärtsfahren durchaus auch ausheben. Das mag der gar nicht gerne gegen die Fahrtrichtung. Ich bin mir im Moment gerade gar nicht so sicher, wie viel Heu wir wohl brauchen werden. Hm. Denn ich denke, von diesem Feld kriegen wir etwas mehr als ein Fuder. Also eine Wagenladung voll. Und das dürfte eigentlich bei dem, was wir uns an Kühen leisten können, eine ganze Ecke reichen. Vielleicht mähe ich doch erst mal nur die Hälfte und dann, äh, und mach sie zu Heu. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Und ob wir den Rest dann vielleicht als Gras oder als Silage verwenden. Das ist ungefähr die Hälfte, vielleicht ein bisschen weniger. Aber so Kraut und Rüben, wie das da liegt, das macht ja überhaupt keinen Spaß, so mit der Presse da drüber zu fahren. Und dann jedes kleine Fitzelchen aufklauben zu müssen und hin und her. Und alle drei Meter, denn so viel Breite hat die Presse. Das machen wir anders. Dafür fahren wir jetzt zu unserem Landmaschinenhändler. Und da kaufen wir uns einen Schwader. Wir könnten den kleinen Pöttinger hier nehmen. Der hat 4,6 Meter Arbeitsbreite und der hat hier das Pralltuch. Das heißt, der greift sich das, was man schwadet und wirft das dagegen. Macht also hier an der Infahrtrichtung linken Seite den Schwad. Oder wir nehmen eine Nummer größer von Kuhn. Der hat die Kreisel so, die klappt man dann runter. Die arbeiten das in die Mitte. Da ist hier in der Mitte dann auch normalerweise so ein Pralltuch, dass das auffängt. Einerseits. Andererseits. Der kostet 28.000. Das ist auch nicht ganz wenig. Wir machen das erstmal noch mit dem Kleinen. Wir haben einen kleinen Trecker. Wir haben einen kleinen Heuwender. Wir haben eine kleine Presse. Und wir haben einen kleinen Schwader. Das passt alles eigentlich ganz gut zusammen. Der kleine asymmetrische Schwader hat auch den Vorteil, dass ich das relativ einfach, kann man den eventuell sogar umdrehen, senken, zu klappen, nein, der kann nur nach links. Das heißt, dass wir hiermit relativ einfach die Schwade, ah, so rum will ich das eigentlich gar nicht, ha, gut, dass wir anfangen darüber zu sprechen, dass wir relativ einfach die Schwade in eine bestimmte Richtung lenken können. Bei den anderen sind die Schwade alle in der Mitte, das heißt im Prinzip unterm Trecker und Fug. Okay, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Ich will von dieser Seite darüber fahren, denn dann kann ich das, was hier über den Feldrand hinaus vom Wender geworfen wurde, so, wieder ins Feld reinschaufeln. Und dann können wir, da habe ich ein bisschen was verpasst, und dann können wir Stück für Stück, so, dieses kreuz und quer auf der Wiese verteilte Mähgut, eigentlich ist es schon kein Mähgut mehr, es ist ja schon gewendet, dieses Heu, was hier kreuz und quer auf der Wiese liegt, zu feinen Schwaden zusammenschwaden und dann ganz entspannt mit der Presse drüberfahren. So in drei Schwaden abgelegt, sieht das Ganze doch wesentlich eleganter aus, als wenn man da so einen Heuflucati hat, den man dann einzeln aufpicken muss. Mit dem Teil sind wir fertig. Hier drüben hat der Mähdrescherhelfer auch schon das erste Feld abgeerntet und ist jetzt beim zweiten. Da muss ich so ein bisschen ein Auge drüber haben, drauf haben, drüber vielleicht auch, um dann immer mal mit dem Anhänger neben dem Drescher zu fahren und den abzutanken, damit er nicht stehen bleibt und sinnlos Geld verschwendet. Und während das passiert, stellen wir mal unseren Schwader, ich habe den Wender, genau, ich habe das hier auf dem Hof stehen lassen, da wir ja noch gar nicht sicher sind, ob wir das eventuell noch mal brauchen. Das heißt, das Mähwerk werden wir auf jeden Fall brauchen, denn wir wollen ja noch die zweite Hälfte des Feldes abernten. Aber bis dahin werden wir uns jetzt mit dem New Holland hier unsere Presse schnappen, die da hinten irgendwo rumsteht und unseren Ballengitterwagen, da wäre es tatsächlich dann jetzt noch mal notwendig geworden. Dann treffe ich es. Na, na, ich treffe es nicht. Da wäre es jetzt dann noch mal notwendig geworden, den wieder umzubauen, wenn wir den, da ist sie, wenn wir den dann auf Getreideumbau umgerüstet hätten, um letztes Mal unsere, ah, was, die Silage? Nein, es war nicht die Silage, um die Ernte einzufahren, es war doch einfach nur die Ernte. So, jetzt brauchen wir ihn direkt dann wieder mit den Ballengittern und so, das war ein bisschen zu schwungvoll. So, lenken wir da ein bisschen ein, unter der Ballenrutsche ist das Kuppelmaul. Na, na, nicht ganz. Müssen wir noch ein bisschen genauer dran rangieren. Da ist es. So, jetzt haben wir auch den Wagen dran, müssen wir ein bisschen ausholen, damit wir den da nicht gegen den Pfeiler fahren. So, dann können wir jetzt endlich, nachdem ich so lange davon gesprochen habe, unser Heu aufpressen. Ist doch ein etwas längeres Gespann jetzt. Fahren wir einfach mal quer durch die Büsche, die können das ab. Während der Fahrt können wir schon mal die Presse ausklappen. Und dann müssen wir bei dem Anhänger auch noch, und da weiß ich nicht, welche Taste das ist, den Arbeitsmodus einschalten. So, und dann können wir uns an das erste Schwad machen. Presse einschalten, Pick-up senken, und ab geht die wilde Fahrt. Kann man vor lauter Staub nichts sehen. Zwischendurch einmal schnell den Drescher leer tanken. Es ist doch insgesamt eine ganze Ecke weniger rausgekommen, als ich dachte. Ich dachte, ich hätte hier schon ein gutes halbes Fuder voll, aber es sieht mehr nach einem Drittel aus, vielleicht sogar nur einem Viertel. Dann machen wir aus dem Rest der Wiese wohl auch noch Heu. Und das nächste Mal warten wir dann, wenn wir die hier abernten, bis zur dritten Reifestufe und schauen dann mal, ob uns das mehr Ertrag bringt. Da habe ich mich wirklich durchaus kräftig verschätzt. Das ist nicht mal ein Fuder geworden. Ein halbes vielleicht. Gab es nicht eine Möglichkeit, wie man das sehen konnte? Drücken wir mal F1. Nein, der sagt uns auch nichts. Wir können noch mal eben hier mit Z die restlichen Ballen, die noch in der Presse sind, abladen und dann die Presse schon mal einklappen. Und wenn ich jetzt den Hänger auswähle, Hut an, das war es doch. Füllstand 74 von 174. Es ist nicht mal ein halbes Fuder geworden. Ah, okay. Aber merkt euch diese Zahl. 74 sind es geworden. Mit drei Düngestufen und in der ersten Erntereifstufe. Das müssen wir dann beim nächsten Mal überprüfen, wenn wir da bis zur dritten Stufe warten. Ah, das können wir wieder ausschalten. Wenn wir da bis zur dritten Stufe warten und dann erst mähen und wenden und schwaden und pressen, ist insgesamt doch schon ein recht aufwendiger Vorgang, so Heumachen. Dann müssen wir das mal vergleichen, wie viele Ballen wir dann daraus kriegen. Erstmal bringen wir jetzt aber unsere Presse weg. Denn mit der und dem Anhänger rückwärts manövrieren, das kann man machen. Aber das möchte man in der Regel vermeiden. Und ich werde mal, stellen wir den mal hier hin. Ich werde die mal, wo stelle ich die mal hin? Da ist ja eigentlich sonst nur noch der Frontlader, der Kipper. Der kommt wieder unters Dach im Unterstand. Und dann kann die Presse eigentlich auch, ah, nicht so schwungvoll, dann kann die auch hier in der Ecke stehen. Dann ist es nicht ganz so weit, wenn wir sie das nächste Mal holen. Denn wenn wir uns jetzt gleich die nächst Kühe anschaffen, dann werden wir die weitaus öfter brauchen als bisher. So, da steht die eigentlich ganz gut. Unser Mähdrescher ist mittlerweile komplett fertig mit den beiden Feldern. Und da hinten der Kipper am Valtra ist auch so gut wie voll mit Gerste. Das Stroh liegt da noch rum, da müssen wir uns noch drum kümmern. Aber das sind alles Geschichten, die warten können. Erstmal bringen wir jetzt unser Heu rüber zum Kuhstall. Neben der Silage wäre eigentlich ein schicker Platz dafür. Das heißt, jetzt kommt meine zweitliebste Beschäftigung. Einen Drehschemel-Anhänger rückwärts manövrieren. Ich habe mir das, wenn ich das im echten Leben gemacht habe, gerne... Das kann ich eigentlich mal ausprobieren, ob das hier auch funktioniert. Da habe ich mir gerne den Wagen andersrum angekoppelt. So, das müsste eigentlich gehen. Jawohl, das geht zum Manövrieren. Ist das ganz nett. Denn man hat da kürzere Hebelwege. Und man muss nicht immer so den Hals verrenken, um nach hinten rauszugucken. Dann kann man den nämlich ganz entspannt und elegant hier fein gerade... So. Rückwärts hin manövrieren. Ja, das ist gerade genug. Und dann muss ich nochmal in die Hilfe gucken. Ablade-Seite B. Nicht links, nicht rechts. Nach hinten, bitte. Und... Den fahren wir dann doch nochmal ein bisschen weiter rein. Nicht ganz so weit. Das, was der da als schraffierte Fläche anzeigt, ist, meine ich kürzer als das, was er eigentlich... Ne, bei dem könnte es hinkommen. Es gibt einen anderen Ballenwagen mit diesem Auto... Ne, das war die falsche Taste. Mit diesem Auto-Load-Script. Er zeigt auch so eine schraffierte Fläche an. Aber die ist wesentlich kürzer als das, was er dann ablehnt. Und wenn man dann... Ah ja, so ist genau genug. Und wenn man dann nicht aufpasst, mit Z einmal abladen. Wieso eigentlich jetzt Z? Das ist sonst immer Y. Hat irgendwer mir hier eine englische Tastatur eingestellt? So, den wieder abkoppeln und auf der anderen Seite dran. Das macht das auf der Straße fahren. Eine ganze Ecke einfacher und schneller. Vor allen Dingen im Rückwärtsgang können wir nur 14 kmh fahren. Und dann sind wir jetzt endlich so weit, dass wir für unsere Kühe... Ich habe hier ein bisschen... Ah, habe ich euch in der Montage gezeigt. Ein bisschen Gras schon mal abgeladen für die nächste Partie Silo. Wir haben Stroh. Jede Menge. Das heißt, wir werden jetzt von dem, was da auf den Feldern noch liegt, keins mehr pressen. Wir haben einen Haufen Gras. Was auch relativ einfach zu beschaffen ist. Wir haben ungefähr 20.000 Liter Silage. Hier rumliegen. Und wir haben ein kleines Häufchen Heuballen. 74 Stück sollten es eigentlich sein. 1, 2, 3, 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28, 56. Und dann sind das hier nochmal 14, 15, 16, 17, 18. Das kommt ungefähr hin mit 74. Und damit wollen wir dann unsere Kühe füttern. Aber weil das Ganze schon wieder so viel länger gedauert hat, als ich geplant hatte, machen wir das nicht mehr heute. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.